So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das ist der Hannes, das ist der Ramses und das ist das Bier vom Fritz Blöd, also vom Urinalbecken, was der uns geschickt hat. Der hat nämlich schon wieder ein super special deluxe Paket geschickt, was unglaublich toll war an sich und wieder mega wertvoll. Ich komme mir schon wieder vor wie so eine schäbige Wust. Und da war ein Honigbier drin. Und das wollte ich nicht einfach so heimlich trinken, das wäre für Ramses Kitchen auch wahrscheinlich wieder total untergegangen. Und deswegen dachte ich, machen wir Hannes Brent X Ramses Kitchen und testen heute dieses Pela Miodowa Pela Vistrot Piv mit Zitodaktimiodur. Also, das ist ein Honigbier, da ist auch hier eigentlich was deutsches drauf. Pela Miodowa Pela Miodowa Pela Miodowa mit Honig. Pela Miodowa mit Honig. Mais kriegst du da drin. Du kennst doch das Lomza Bier, was diese komische, penisartige Flasche hatte, wo die Leute schon im Polen Bier-Tasting gesagt haben, das Etikett, das kriegt keine Punkte, das sieht total dumm aus und die Flasche sieht auch dumm aus. Und überhaupt, egal was, wie es schmeckt, sieht dumm aus. Dieses, was? Naja, aber das ist, sieht beides aus besser aus. Aber dieses hat keine komische Flaschenform, weil es kommt ja in einer Dose. Und die Dose sieht wirklich genial aus. Ihr habt hier diesen goldenen Deckel drauf. Ihr habt hier alles schön weiß. Ihr habt hier vorne schön gelb. Biergelb, Honiggelb, alles zusammen. Perla haben wir auch in unserem Polen Bier-Tasting mitgehabt, aber eine andere Sorte. Deswegen bin ich gespannt, wie dieses Perla Miodowa, helles Bier mit Honig schmeckt. Die Seinen kriegt von mir 10 von 10. Wenn ich das sehen würde im Regal, das spricht mich an, alles helle Farben, alles richtig schön, alles fürs Auge. Und deswegen Perla Miodowa, helles Bier mit Honig. Das ist unser Bier, was wir heute trinken. Dafür haben wir hier die Biergläser vom Homa wieder. Wir werden das jetzt mal aufmachen, werden uns jetzt mal einschenken, ein Gläser. Und dann mal gucken, wie es schmeckt. Das ist sehr schön. Da macht man nämlich die Dose auf und der ganze Schaum kommt schon oben raus. Damit der Sägen sieht die Decke oben, das Dach vom Bier, ach was weiß ich, die Oberseite sieht auf jeden Fall so schön glatt poliert aus, weil immer das Bier da drüber läuft. So, Hannes, schenkst du dir mal lecker ein. Guck mal mal, wie es ausschaut, wenn wir das mal hier so fertig machen. Und dann gucken wir mal, ob das so fertig ist wie Natururin seinen Kopf. Und dann würde ich sagen, war das auf jeden Fall ein schönes Schäumle obendrauf. Es ist richtig, es ist der Name Perler. Guckt mal, wie das perlt. Ich sehe es beim Hannes, ich sehe es bei mir. Es perlt überall hoch. Es ist richtig. Guck mal, wenn du da durchguckst, du siehst dich nochmal. Du bist die Nase, Hannes. Ich sehe dich durch dein Bierglas durch. Das hat eine richtig tolle Farbe. Helles Bier. Richtig leuchtend. Richtig golden. Sieht aus wie ein Radler. Radler, da könnte ich schon wieder kotzen. Radler. Ja, es gibt vielleicht auch Radler, die gut aussehen. Ich trinke immer nur Radler naturtrüb. Und die sehen natürlich nicht so aus. Dafür schmecken sie wenigstens nicht wie... Wie Asch und Friedrich, ich weiß. Also, Design-Dose, episch. Design vom Homerglas, episch. Farbe vom Bier, episch. Schaumkrönchen, episch. Prost. Hannes, episch. Jetzt noch der Geschmack, mal gucken. Der Sauhund. Ich wollte nur einen Schluck nehmen. Für ein Tasting. Nein, man muss ja wieder das... Jetzt ist sie hingefallen, Hannes. Oh mein Gott, jetzt müssen sie ihr den Bobs abwischen. Ja, macht nix. Weil sie dreckig ist. Aber das ist schön. Deswegen sitzen wir immer hier. Da ist immer viel Action los. Hast du den Honig geschmeckt? Ja, definitiv. Mir fällt jetzt ein... Das Bier verspricht, was es hält. Hält, was es verspricht? Nein. Ja. Weißt du, was mir einfällt dazu? Weil ich so erkältet war die Woche, haben wir extra zwei Packungen Milch gekauft. Und eine Packung Honig. Und haben noch nicht einmal Milch mit Honig gemacht. Aber braucht man nicht. Kauft euch einfach dieses Bier. Macht dieses Bier warm. Dann habt ihr nicht nur heißes Bier, was gut gegen Gesundheit ist. Also gegen Erkältung meine ich. Ihr habt auch noch Honig mit drin. Was sowieso auch noch gut ist. Und schön ölt und schmiert und macht. Also das ist toll. Eine Dose ergibt zwei Gläser. Zwei Dosen ergeben. Ein Hannes. Das ist richtig genial. Ich finde es gut. Ist nicht bitter. Ist nicht richtig diese E-Pass-Sachen. Ich weiß nicht, wie man E-Pass-Sachen trinken kann. Das ist was, wo die meisten sagen, Ih, da ist Honig drin. Das hat nichts mit Bier zu tun. Aber hat immerhin 6%. 6% Und trotzdem eine super angenehme Note zum Trinken für zwischendurch. Für zwei wie uns ist das auf jeden Fall genial. Und das, was ich weiß ist, oder was ich denke, ist, dass das Honigbier sowieso das erste Bier war, was es überhaupt gegeben hat. Das kam ja von den alten Wikingern her. Und Honigbier war das erste Bier, was es überhaupt gab. Genau, von den alten Bienen damals. Die haben das nämlich erfunden und haben da mal Wikingern mit reingemacht für den Geschmack. Richtig. Und dann haben die Wikingern gedacht, den Spieß drehen wir mal um. Wir tun jetzt eure Bienen in unser Bier, in das Wikinger Bier. Und dann haben erst die Aufzeichnungen begonnen. Deswegen kennt ihr das Bienenbier mit Wikingern nicht mehr. Aber das Wikingerbier mit Honig. Ja. Ist gut. Ist gut, ist gut. Ist gut. Das ist gut. Ich würde sagen, das war es von unserer Seite aus. Wenn ihr das kennt, schreibt es mal rein. Kennt ihr das Lomza? Oder kennt ihr das Berla? Oder macht ihr euch selbst mal Honig in euer Bier? Oder trinkt ihr Milch mit Honig? Dann schreibt es auch mal rein. Egal. Das war die Honig Edition. Peace out for out. Euer Ramsus, euer Hannes. Und guckt euch das Design an, Hannes. Halt nochmal die Dose hin hier. Guckt euch das Design an. Das Design. Ich muss irgendwo ja ein Sunnail rausziehen. Peace out for out. Schau.